Hallo Leute, ich grüße euch zurück zu Zelda Echos of Wisdom. So, ich glaube ich, es gibt erstmal gar nicht mehr, ich muss hier, ich kann hier einem Kampf nicht entkommen. Wo kommt der Vieh für immer her? Äh, äh, Rabe, los, ihr seid ganz schnell. Zwei Raben. Irgendwie greifen die nicht an, was soll das denn? Wie hoch die mal wegfliegen denn? Jawohl, getroffen. Oh shit, ist er noch was? Ist er noch so dumm ein Vieh? Ah, du, 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 du. Okay, ist reich. So. Toll. Jetzt habe ich, ich habe ja nicht gebracht, ich habe gleich den Schild hier hochgehoben. Erstmal sleepen. Ah, schön schlafi, schlafi, aber der Schwell ist ja schon stark. Und dann kriege ich auch immer richtig schön wieder die Energie voll. Also ich werde mal ein bisschen gucken, dass ich den öfter mal einsetze, wenn sie es halt echt so lohnt. So, dann wieder ein bisschen pusten, hier mit den Dingen am schnellsten. Komm zurück. Oh geil, den fiesen Skorpion gleich runtergepustet. Das sollte ich vielleicht öfter mal so ausnutzen. Aber nicht mich runterpusten. Oh, warte mal, ist ja noch... Hm, vielleicht kann ich hier eine kleine Abkürzung machen. Vor allem hier kann ich auch noch mit dem geilen Maulwurf buddeln. So, und hat der irgendwas? Warte mal, da kann ich da rein. Ich kann so bestimmt denn da rein. Und komm vielleicht zu dem Raum mit dieser einen Truhe. Ja, voll geil. Mit einem Fuffi. So, da muss man ja richtig das Layout noch checken. Das gibt es ja gar nicht. Bumm. Ja, uff. Ist ja okay, aber er hat ja nur einen Fuffi halt, ne? So, puff. Ja, puff. Und jetzt einfach wieder dein Echo auch wieder... Uuuh, in den nächsten Raum, ey. Ist richtig schön, die macht da Dungeon. Ah, dann bin ich hier. Ja, der Olle Ghost, der soll uns mal in Ruhe lassen. So, ich glaube, jetzt geht man mit der Spinne da einfach die Wand hoch, weil jetzt will ich da nicht nur mal hochlatschen. Das habe ich ja jetzt schon gemacht, da eine schöne große Runde gedreht, ne? So, hüpps. Zuzu und, äh, Einklang. Ach nee, halt. Nein, ach Mensch. Ich war immer noch ein Problem mit den Knöpfen. So. Ich muss mich dran gewöhnen. So. Ist voll fies eigentlich. Alles klar. So, komm zurück. Was mache ich denn in so eine scheiß fliegende Viecher? Den Geist irgendwie rufen? Wobby. Was kommt denn ein Ghost? Ah, der macht, nee, ist ja auch, der ist ja auch komplett doof. Der macht ja nur Feuer auf den Boden, denn. So, Feinermost, Feinermost, yay. Äh, ich meine Motte. Boom. So, die können sich mal ein bisschen kloppen. Ah, verschwindet der eh gleich wieder. Zurück. Zurück. Immer schön die Gegner runterpusten. Falls hier welche drin sind. Äh, okay, ich check hier gar nichts mehr. Aufmelken einfach, zack. Au, wieder so ein ekliger Face, ein Monster an Nierenstein. Toll. Hm, so, ich brauch dich da nicht mehr einsam hier. Also hier kannst du echt den Schwertmodus eigentlich sehr, sehr oft benutzen. Da sollte nichts passieren. So, und 5 war nämlich ohne mit. Cool. Dann ist doch hier alles schön clean. Na, obwohl vielleicht nochmal hier, soll ich hier nochmal, hier oben ist nix. Gut, sonst wäre ich da auch hochgeklettert. Mit meiner Spinne. Oh, shit. Again? Kein Problem. Hm, wats, wats, wats. Tschüss, Mann. Da kann ich erst mein Schild hoch. Guck mal, dann kommen da gleich die ganzen Dinger wieder zu mir und bin da schon wieder voll. Ist das geil? Ich finde das richtig cool. So, ich könnte jetzt noch hier hin und hier scheint, ohne irgendwas anderes zu sein. Und hier bin ich dann einfach wieder im Tempel drin. Das wirkt sehr optional. Also, wir gucken uns das natürlich an. Hops. Oh, die Viecher, ey. So, sollen wir einfach hier hochkrabbeln? Klar, oder? Ups, ups. Oh, eine Steinplatte. Von die wohl mal nützlich wird. Zack. So. Und hoch hier. Oh. Ach so, die Spinne ist ja immer richtig aggressiv. Naja, wenn jeder halt hinfst, schnappt ihr die Viecher. Fatz. Oh, klappt ja richtig gut. Fatz. Einfach aus dem Sand rausgeholt. Und dann wird er weggesnackt, der Fisch. So, irgendwie ein Level 2 Vieh. Nö. Gut gemacht, kleine Spinne. So, jetzt einfach bitte hierher kommen. Grabben und Mauer hoch. Oh, shit. Oh, soll ich so? So, schön gerade spawnen. Grabben. Und zieleinklangmäßig imitieren. Dankeschön. So, komm zurück. Boah. Alter, so eine fiesen Gyptos. Okay, na, die würde ich ja eigentlich gerne... Warte mal. Oder mach ich mal jetzt hier diese Teil da? Okay, die könnte ja doch was Dying machen. Mist. Ah. Äh, ah. So, bis denn da habe ich jetzt nicht so Bock, da als Link hinzurennen, weil die werde ich auf jeden Fall nicht stunnen können. Dass die mich dann einfach so angreifen. Jung, jung, jung. Alter, wo ist dieses Ding jetzt gerade lang gezischt? Alter, was? Boah, wie das Ding einfach abhaut. Ich gucke gerade nur da oben zu den Gegnern. Die natürlich übelst lange brauchen werden. Kann ich hier einfach runter... Kann ich hier einfach... Achso. Ja, manchmal muss man nur einfach das richtig doof einfach machen, ne? So, tschüss. Außer vielleicht wirklich einen. Ne, einen behält man vielleicht wirklich mal. Um halt zu gucken... Nein, doch nicht so. Nach oben sollst du. So, schafft. So, schafft. Weil ich nicht weiß, ob die nicht irgendwas bringen. Ja, das ist aber voll fies. Du kannst die einfach runterschubsen. So, und der macht hier von zwei Seiten... Boah! Ne, alles klar. Gut. Ähm... So, ist hier einfach was Cooles jetzt? Toll. So, woos, woos, woos. Haps. Äh... Okay, hier muss ich wieder irgendwie drehen. Kann das halt von da erreichen. Zoom. Aber, ja, hätte auch einfach hochklettern können, ne? Ich überlegt der Zeit, ich hab ja eigentlich meine Spinne und all sowas. Aber okay. Hä, kurz mal da, da zieh! Zitri! Oh! Bingo. Ja, aber laut Kart ist da eigentlich jetzt nichts so sehr relevantes, ne? Ich guck mal, ich bin gespannt. Mein Bettchen, hups, hups. Ja, doch, doch, doch. Ah, die Statue, wie geil ist! Swoop! Guckst du dir an, Falkenstatue! So, wirkt jetzt aber nicht so wie die, was wir bisher hier lesen haben, ne? Äh, mit angelegten Flügeln und prächtigem Schnabel. Ihr scharfer Blick scheint in weite Ferne gerichtet zu sein. So, da war das ja doch richtig wichtig. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt aber wieder richtig schön rein in den, äh, in den Tempel. Na, warte mal, ich hab ein bisschen Angst. Äh, jup! Hoppala! Äh, was ist so? So, hups, hups, gut. Aber wenn ich echt die Gegner schon irgendwie habe, dann werde ich die jetzt immer so platt machen. Wird einfach, einfach ein Grabben und schüsse den Abgrund. Weil wenn hier so viele Abgründe sind, nicht wahr? So, das Gebiet sollte komplett erkundet worden sein. Gehen wir wieder rein. Okay, hier kann ich wieder ein bisschen an was ziehen, damit da eine Tür aufgeht. Ja. Äh, der macht mal schnell hier kurz einen Prozess mit allen. Jo! Der Walsch! Achso, der ist ja richtig. Modder ist ja hier. Oh, der ist natürlich ein bisschen doof, ne? Trotzdem gekillt. Also, wenn hier Modder ist, dann wollen die mir doch wieder hier irgendwie was verheimlichen oder was. Ja, ich hab ja eh kein Problem. So, der doof ist halt, ne? Die ganzen Sachen sinken ein. Ja, 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 hab ich schon gecheckt. Er hat's gecheckt. Aber, ja, da muss ich mich natürlich noch beeilen. Ja, an sich ist ja alles so da aufgebaut, dass ich mir eine schöne Brücke bauen soll, um dann da so schnell wie möglich da hinzurennen. Wie wär denn das, wenn ich einfach, einfach cool bin? Also nicht, Moment. Ich brauch auf jeden Fall das etwas billigere Bett, weil es günstiger ist in der Erschaffung. So, das ist ja nicht total einfach. Weil ich kann nicht ja bis zu viermal machen. So, ist der Abstand genug, alles klar. Muss natürlich trotzdem schnell sein. Laut Karte bin ich hier auch schon wieder sehr gut dabei. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Teppel ist richtig groß. Warum ist denn der Teppel so groß? Aber es geht eigentlich. Aber bis jetzt noch ein Stück, noch ein Stück, äh, let's go. Über Ecke springen. Damit ist man schön schnell. Hops, jups, ups, na, hops. Ui, tram, kein Problem. Großes Problem. Und da sind wieder neue Start-Tourning wettbekloppt. Jetzt hab ich natürlich wieder Angst, dass, äh, äh, dass ich hier irgendwie aus Versehen etwas, äh, im Sand freilege. Eine Katzenstatue. Mit Symbol auf der Stirn und rundem Buckel. Ihr launischer Blick scheint in weite Ferne gerichtet zu sein. Ja, das ist ja cool. Schafft. Jetzt erst mal die, ja, blockiert euch mal schön gegenseitig. Guck mal, seht ihr, ne, und so sind die auch ein bisschen blockiert. Haha, schafft. Die kann es auch wieder dauern, ne? Wie liegt das so lange dauert? Na, bisher nervt eigentlich nur der Zombie da. Oh, shit. So, das wir doch durch, Mann. Ich hold' ihn mir, das wir doch mal durch. Ja, ne, 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 geht's doch mal hier lang. Und greift von hinten an. Yeah, und du, scho, sch. Sind das meine, Alter. Wow, 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 w Jenna, scho, du, Health, Racing. Is that, yeah, yeah, wow, wino, no, 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 no. Hoppara, je, in theaper, svazione, whoever,lane. Wow, 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 yeah. Yeah. Oh, wie ? Alter, hat sich gerade echt meine Fee aktiviert. Alter, meine Fee hat sich schon wieder aktiviert. Schafft. Ah, toll. Schaut doch mal ab, Leute. Erst mal Abstand halten hier. Das habe ich gewusst, das habe ich genau gewusst, was mir das denn irgendwie passiert. Was? Okay, der ist tot. Schafft mir das Zombie auch gleich. Komm schon. Wow. Das kam schon, Mann. Wissen Sie, wie die Kreise davon echt nicht beeindruckt? So, noch einen zweiten als Hilfe. Schafft. Schafft, schafft. Alter, richtig schafft. Richtig cool. Ja, getroffen. Was? Was? Alter. Platt gemacht. Das fällt mir jetzt aber gar nicht, ey. Warum hat der denn so viel Damage gemacht? Ich würde die, wo ist meine Flasche? Die ist wirklich leer. Oh mein Gott. Aber die Fee ist weg. Das kann sein. Dass ich gleich nochmal los muss. Ja, nur vielleicht. Aufstehen, schlafen. Äh, da aufstehen. Hm. So, und nochmal. Ach, ist doch alles nicht wahr. So. Okay, dann komm mal hierher. Susu kurz weggeschoben. Da kann ich jetzt gleich rinnen. Ah, was haben wir denn hier? Nix. Hm. Was war noch hier drunter? So, Kart ist ja auch nix. Das war einfach nur ein mega krasser Todesraum. Der hat mich doch beinahe getötet. So. Oh, ein Wegpunkt. Gleich wieder abhauen. Na, eigentlich will ich ja auch nicht, Leute. Ich verstehe das ja. Eigentlich will ich ja nicht. Aber warte mal. Jetzt sind wir noch mal kurz vorm Zwischenboss. Das sieht doch sehr danach aus. Nach einem sehr großen Zwischenbossraum. Du, 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 du. Du, 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 du. Oh. Da würde ich mir eigentlich schon ja dann eine Fee holen. Jetzt ehrlich. Warum kann ich denn nicht mich hier wieder rein teleportieren? Ach, Mann. So ein Mist. Ja, gut. So, Karte switchen. Leute, ich komme mir eine neue Fee. Ja. Die muss da ein bisschen tricky sein. Schade, dass ich nicht irgendwie noch ein paar Schwertkristalle gefunden habe, damit ich die nochmal einfach boosten kann. Für eine noch längere Leiste. Aber man teleportiert nicht richtig schnell. Ich hole mir wieder eine Fee, weil ich so Loshi bin. Komm mal her. Ja. Eine Fee ist in die Flasche geschlüpft. Du feige Sau. Und gleich wieder zurück, Leute. Na seht ihr. Dann kann ich jetzt auch mal... Ich glaube, im Zwischenbosskampf benutze ich jetzt auch einfach mal einen Trank. Wir werden mal damit, ne? Also ein Smoothie. Trank darf man ja nicht mehr sagen. Heutzutage sind das alle Smoothies. Ach, ich glaube nur wieder Quatsch, Leute. Ich nehme einfach mal den echten Verteidigungs-Smoothie jetzt mal. Also weil ich wieder drin bin und mich teleportieren darf, ne? Sehr klar. Betreten. Jum. So. Jetzt einfach richtig fix. Ähm, ja, der sieht doch so aus, ey. Oh, Mann. Zu... Ja, dann brauchen wir noch... Ey, die Tempel sind aber cool. Die sind schön groß. Ja, nicht so wie bei Link's Awakening. Also, weil natürlich in den Awakening wissen wir alle, war ein Gameboy-Spiel. Da ging die ratzefatz vorbei, so eine Tempel. Aber das Tier ist eigentlich... Oh, und Früchte-Mix. Vitaltrauben. Guck mal, hier wird man doch schon angeheitert von wegen... Ja, mixt hier mal lieber ein bisschen was, ne? Okay, was haben wir denn da Schönes? Ähm, hier ist schon die Fee. So, hier war der Verteidigungs-Boost für eine Minute. Auf Basis deines reichlichen Fruchtfleisch-Anteils. Ja, okay. Vielleicht, wenn ich den ersten Mal Schaden hier eingesteckt habe. Dann vielleicht. Okay, geil. Was ist jetzt los, Alter? Hier, ne, puste mal ein bisschen hier. Äh, warte mal, sind die Feine dadurch jetzt abgeblockt? Die Feine sind abgeblockt! Okay, dann schicke ich ihm... Was schicke ich ihm auf den Hals? Oder was schicke ich ihm auf den Hals? Den geilen Ghost oder die Motte? Oh shit, sind alle zu teuer. Ja klar, schicke die Motte, die in der Luft angreift. So. Da sind alle so teuer. Ich würde gerne wieder mit Ablenkung machen. Bumm. Oh. Okay, er ist in den Tod gefallen. Der war die Pracht. Woher kommt hier immer so... Warum kommt hier so Sand runter? Ist das schlimm, wenn hier Sand runterkommt? Oh, den Tüppel-Kombo macht der Link hier, Alter. Joom. Hm. Okay, warte mal. Dann vielleicht den Geist oder so? Was ist denn hier richtig cool? Was denn auch die... Die richtig verfolgt? Und wisst du, was? Ich kann mir echt vorstellen, dass ich dadurch denn die Fähigkeit habe, selber im Helden- oder im Link-Modus Pfeile zu benutzen. So, ist der hier ein stumpfe Dinger hier immun? Ja, komm her, Mann. Oh, nein, ist er nicht. Ist er auch nicht stumpf, der Pfeil, ne? Ist ja klar. Ähm. Ja, was nehmen wir denn da? Was nehmen wir denn da? Er hat jetzt aber auch kein Schild, um zu testen, damit ich das abnehmen darf. So, komm, du Wildschwein. Du Wildsau. Und du verteidigst dich ja so ein bisschen. Wumm. Oh, der war ein bisschen schneller zu besiegen. Ach, du meine Güte, ich habe das schon gesagt. Ja, genau. Du, schuld. Okay, los geht's. Du, 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 du. So. Oh, je, voll getroffen. Oh, ein Dappelhäten. Ender's down. So, du, 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 du. Tschüss, Mann. So. Boah. Und Tschüss. Ey, wie geil, ey. Jetzt darf ich denn echt Pfeile schießen im Modus? Oh, ja. Cooler Zwischenboos. Es ist das gleiche wie bei Facet und den Leuten aus Schloss Haibul. Link wurde genau wie sie in die Welt des Nichts gezogen und durch einen Doppelgänger ersetzt. Anscheinend gibt's die echt, wiss ich, wie oft. Wenn wir den Riss schließen, müssten wir ihn retten können. Okay. Aber erst mal wer den geilen Bogen. Du hast den Bogen der Stärke erhalten. Im Schwertkämpfer-Modus kannst du jetzt mit Hilfe von X Pfeile verschießen. Oh, den kann man bestimmt nur noch boosten. Das ist ja auch alles eine Waffe von, halt von dem Lübädi. Hier kann man den bestimmt noch richtig krass machen, dass der bis irgendwie auch noch stärker wird und alles Mögliche. Boah. Okay. Okay. Ich glaube, hier ist nichts weiter unten, weil vor allem hier entstehen immer wieder neue Sandhäufchen. Also, nee. Gehen wir weiter. Aber das klingt so schwach ist, ja, dass der da nicht so viel Damage gemacht hat. Oh, diese scheiß Spinnviecher. Soll ich jetzt gleich ausprobieren, oder wie? Soll ich jetzt da hochkommen? Ich baue mir ein Bett. Zwei Betten. Vier Betten. So, okay. Die im letzten Tag immer ganz gut schlafen können, aber ach. Der braucht schon Schlaf, ne? So. Ja, mal jetzt schnell hier so, halbes Herzig und nochmal und da bin ich schon wieder voll. So, hier wieder einfach eine Abkürzung. Na gut, Mann, weg dabei! Okay. Ich bin immer sehr euphorisch, merkt er so ein bisschen, ne? Neuer Weg, Freund. Actuated. So, sind wir hier? Oh, die Boss-Tür, Leute. Könnte da der Boss-Schlüssel so ja drin sein. Boah, dann müsste ich ja den Weg wieder zurücklaufen. Okay. Wegfreund registriert. Lautkarte. Ja, ne, sind hier noch ein paar Räume, sind hier noch. Ich muss ja auch noch die Ding... Hier wird der... Hier wird der Boss-Kir drin sein. Und dann kommen wir bestimmt genau wieder irgendwie hier hoch, dann wieder, weil das Sand abgelassen wird. Ey, der wird alles wieder so richtig perfekt, einfach Game-Design-mäßig ineinander übergehen. Das liebe ich so. Okay, soll ich jetzt Angst haben, oder wat? Hier, ich hab meine geile Schlangen-Statue. Warte, ich teste erstmal, ob die, äh, feuerresistent ist. Ach, ich geh da, was heißt testen? Ich geh gleich mit durch. Hallo? Sag mir aber bitte nicht, dass ich die... die komischen Dinger hier auch kopieren kann. Ah, ich wusste, Leute, eine Elefanten-Statue. Ich hab's doch gewusst. Komm her! Eine Elefanten-Statue, ihr merkt. Sie ist richtig dick. Ihr ruhiger Blick scheint in eine weite Ferne gerichtet zu sein. Statue mit Rüssel. Und ein kleiner Schlüssel. Ja, war so klar. Wir haben ja noch eine Schlüsseltür. Und mehr Schatztunen gibt's nicht. Hoppala. Jo. Wir haben wieder schön zurück... Oh, was so? Wieder schön zurücklaufen. Oh! Ja, oder wir teleportieren uns. Na, das wäre, glaube ich, sogar noch besser. Äh, war das hier gleich in der Nähe zu der Tür? Muss ich ja jetzt... Hier, bräuch ich halt die Statue. Ich brauche dafür noch einen Hinweis. Äh, ja, sonst muss ich hier so mega weit latschen. Nö, wir teleportieren uns. Jawohl! Aber wie geil, ey. Wie schnell das geht. Aber ich merke schon, den Boss werden wir erst beim nächsten Mal machen. Mann! Seid nicht böse. Muss ja bestimmt mit Pfeilen abballern, denn. Den Sack. So, jetzt ist bloß noch die Frage, welche andere Statue gemeint sein wird. Nö, bei... Äh, der Kultstätte. Der Heiligtumstätte. Oh nein, wo soll ich denn jetzt hin, Leute? Ich sag hier ein Griff dran. Hier ist gar kein Griff. Darf ich die trotzdem benutzen? Oder, äh, ist Schicht im Schach? Bopp. 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 Danke. Äh, alles klar. Ist kein Problem. Ja! Hm. Tür ist offen. Oh, denn wo ist noch schnell... Oh Gott, das ist ja auch wieder ein richtiger Kampfraum, oder? Leute, das wird doch ein Kampfraum sein. Ich, äh... Leute, ich würde sagen, wir werden den Part hier. Tja, richtig fies. Ich zeige euch mal meine schöne Statuen-Sammlung, die ich jetzt schon habe. Die ist nämlich richtig cool. Guck mal das hier, Alter. Richtig. Ey, sind die nicht alle ultra schick? Ich mag besonders die Falken-Statue, oder die Eule? Ich glaube, das war eine Falken-Statue, ne? So. Oh! Meine tierischen Begleiter. Leute, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!